Geschafft! Ich habe die erste Ebene der Mikrochip-Bots durchdrucken. Weck dran! Die Becke der Trommelabwehr. Über drei Minuten. Mach schneller! Der Anport ist erledigt. Noch mehr Zeit. Kehre die Code-Polarität auf. Ich bin fast so weit. Dich, diese Repukabile in ihm fast zurückdrucken. Schneller. Derektoren braucht Zeit, Baby. Danke. Das ist ein Wettbewerb. Ich hab's! Ja! Mission gescheitert. Was? Abgeschlossen. Koordinaten hochgeladen. Spider! Konzentration, Lieutenant! Was soll ich jetzt machen? Scheiße! Helo 7-3! Sofortige Evakuierung! Lieutenant Brown am Boden! Helo 7-3! Im Rundflug! R-Rex! Eine große Wackmenge! KI beschädigt! Blut! Blut! Enthaftungsschlag Countdown! Handbegriff! Sag mir, was ich tun soll! Raketen starten autonom! Geh zur Steuertafel! Was? Reiß die Steuertafel raus! Auf dem Steuerkästen! Schieß auf den Hirnsteuern, Rex! Schieß auf! Scheiße! Halt! Finde die Raketensteuertafel für mich! Habe verstanden! Ziel wird markiert! Mission! Deaktivieren Sie Sekundärröpfelsteuerung! Angete in Position! Etwa Einschlag Countdown! Wurde weiter! Speicherschaden sind durch Alpha Alpha zu! Sie verhandeln Sie auf die whiten Slides? Sie verhindern Sie im기ären�t?! P2d. Viren Zwirnenskund! P2d. %0! Frau R-T0! Schieß auf die Beute! Schieß auf der Beute! Beute! Kabel T25! 10-5 Sekunden bis zum Start.